Walter Serner, Lampenfieber Wutschka war von Posen nach Berlin gedengelt, um da selbst in den Schanklokalen der Brunnen- und Invalidenstraße angeblich als Damenimitator sein Brot zu verdienen. Er war nun zwar homosexuell, aber dennoch weit entfernt davon, diese Fähigkeit in den Dienst seiner Einkünfte zu stellen. Vielmehr lediglich darauf aus, sich einwandfrei zu vergewissern, ob in den zwei Jahren seiner Abwesenheit von Berlin die Aufmerksamkeit der Polizei in Bezug auf seine Person so weit nachgelassen hätte, dass an ein ungestörtes Arbeiten zu denken wäre. Dieser Vergewisserung lag Wutschka gerade an der Ecke der Usedom- und Wiesenstraße ob, als Japoll, der ihn vor Zeiten oft geankert hatte, vorbeischob und, da er in der neben dem Haustor lehnenden Gestalt den Spinat-Emil wiederzuerkennen glaubte, in einiger Entfernung beobachtend stehen blieb. Wutschka, der seinen ehemaligen Komoschke nicht wiedererkannte, fasste ihn alsbald scharf ins Auge und hielt ihn nach drei Minuten für weitlich verdächtig. Die Art, wie er mit dem Rücken gegen die Häuserfront hart am Straßenrand stand, schien ihm den Spitzel zu verraten. Wutschka pendelte sich langsam heran, bog von hinten her noch langsamer nach vorn und blickte im Vorbeigehen mit, sozusagen frechem Freimut, dem Unbekannten ins Gesicht. War es ein Spitzel, so würde er seinem Blick ausweichen und den Platz wechseln. War es keiner, so würde er neugierig werden oder herausfordernd. Japoll wurde weder das eine noch das andere. Er hatte beim Anblick von Wutschkas samtenen Auge sofort jeden Zweifel verloren. Mensch, Spinat-Emil, wo kommst du hergetürmt? Dabei hieb er ihm beide Hände auf die Schultern. Wutschka zuckte unwillkürlich zusammen, bloß die Stimme war ihm bekannt vorgekommen. Irren Sie sich nicht, schnappte er heiser. Mach mal keine Kinkerlitzchen. Japoll schüttelte ihn, dass ihm der Hut aufs Ohr rutschte. Gick mir mal Versuchswese in ne Fresse. Und wenn du dann noch so ein dummes Gesicht oft siehst, dann wär ich dem mies gewordenen Gedächtnis mit unveröffentlichten Memoiren auf die Bene helfen, Junge. Wutschka lächelte jetzt. Unveröffentlichte Memoiren? Das konnte nur einer sein. Nonnen, Japoll, natürlich. Wenn du dir sämtliche Gesichtshaare abgemacht hast, wie sollt ihr dann? Er nahm sich die störenden Hände von den Schultern und drückte sie warm. »Eisern«, murrte Japoll. »Eisern«, sang Wutschka. Beide lachten und schüttelten einander immer fester die Hände, bis Wutschka ächzte. »Lass mir los, ich glaub's dir ja.« Japoll nahm ihn in den Arm und zog ihn weiter. »Und jetzt jähn wir bei die Ackerkäte. Enorme Reste und sahen guten Tag.« »Mies esse«, Wutschka kannte seinen Japoll. »Und er kam hecht auf der Butter.« »Kennst du das Elfte Jeboot nicht? Du sollst nicht triezen.« »Also, Emil, trieze nicht.« Japoll presste Wutschkas Arm fest an sich. Der aber riss sich mit einer geschmeidigen Bewegung ganz unerwartet los. »Nee, mein Jutster. Die alten Zicken hab ich dicke. Ich bin hier, um zu tingeln. Um mir mit dem Brot zu nett.« Japoll gab ihm einen Schlag ins Genick, dass er nach vorne taumelte. »Den alten Senf mit der Dame imitieren, den kannst du in Anna nie was Haupt schmieren.« »Du willst vor ne längere Sache ziehen. Mäschste nicht bei ihr sehen sind.« »Uch, von deinen Freunden nicht. Das ist ein schöner Zug von dir.« Er spuckte ihm vor die Füße. Wutschka wollte ihn nicht zum Feind haben. »Kannst ja loben, was du willst. Aber weißt du denn nicht mehr, dass sie mir das letzte Mal schon heftig beleichtet haben, non Japoll.« »Zwei Jahre auf Feinierungsreise gewesen,« gackerte Japoll geringschätzig. »Und immer noch so ne Säuen?« Plötzlich blieb er sich verdüsternd stehen. »Spinat, Emil, du bist erkannt.« »Wat hast du denn vorhin unterm Haustor gestanden? Ich werde dir sagen. Dene eine Schmierer hast du gestanden. Und wat hast du da um mir herumgetreten? Dene Säuen hast du getreten. Mensch, Spinat, Emil. Nu sag mir nur noch, dass du nicht tingeln kannst, weil du Lampenfieber hast.« Wutschka ging rascher. Er schämte sich. Japoll ahnte es und erwischte ihn am Ärmel. »Ein schönes Stück Geld ist zu verdienen. Kannst du dir die Sache ja mal vorlegen lassen?« Wutschkas Achseln zuckten schwach. Und nach zehn Minuten stand er vor der Ackerkäte, die ihn, mit einem Jubelschrei auf ihre Oberschenkel ähnlichen Arme nahm, brüllend im Kreise schwang und schließlich atemlos sich auf den Schoß setzte. Japoll sah gerührt zu. »Kitz, kitz, 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 kitz!« Die Ackerkäte quetschte Wutschkas Kopf in ihren immensen Busen hinein, sodass er fast den Atem verlor und küsste ihn mit ihren wulstigen Lippen schmatzend auf die kleine, runde Glatze. Wutschka, dessen Kräfte die der Ackerkäte keineswegs überstiegen, stieß und stemmte vergeblich, zwischendurch krächzend. »Käte, gib Frieden! Lass mir Luft, ich kann nicht mehr!« »Noch, Schena, er kann nicht mehr!« Die Ackerkäte johlte nur so, ihr Mieder krachte. »Für mir bist du nicht schwul. Nicht, was schwarz und dein Fingernahel geht. Nee, wirst du nicht! Du willst dir nur den Verpflichtungen gegenüber den Freunden hinterziehen. Nicht weiter! Er kann nicht mehr! Gleich sagst du das jeden Teil!« Sie leckte mit der ganzen Zunge ihm breit die Glatze. »Sagst du das eben,« begütigte Japoll vergnügt, »und machst du das jeden Teil!« Wutschka rang nach Luft. Es hörte sich so besorgniserregend an, dass Japoll es für rätlich hielt, einzuschreiten. Er eilte herzu und versetzte der Ackerkäte ein wohlgezieltes Kopfstück, sodass ihr Glasauge heraussprang, auf die Diele polterte und schmollend unter den Schrank rollte. Im Nu lag Wutschka auf dem Boden. Japoll verschanzte sich hinter dem Tisch vor den zu gewertigenden Racheakten der Ackerkäte, die jedoch, durchaus nur an ihre Verunstaltung denkend, auf den Knien vor den Schrank rutschte und mit ihren nackten Armen vergeblich nach dem verlorenen Körperteil fischte. Als sie ihn nach mühseligen Unternehmungen endlich zu Tage gefördert hatte, war sie so glücklich, dass sie sofort Frieden schloss. »Nu ist aber Schluss!« Sie säuberte das Glasauge an ihrem Unterrock, speichelte es sorgsam ein und setzte es mit einem geübten Griff in seine Höhle zurück. »Und nu wollen wir vernünftig sind. Da, setzt euch auf das Kanapä, ich gehe Kaffee machen!« Als sie nach einer Viertelstunde mit der Kaffeekanne erschien, waren Wutschka und Japoll wieder gute Freunde geworden und bereits übereingekommen, geschlossen gegen die Ackerkäte zusammenzustehen. »So, da waren wir!« Die Ackerkäte, selbstbewusst ihren überreifen Hintern schwingend, stampfte an den Tisch heran. »Das erinnert mir immer an meine Kinderzeit«, meinte Japoll schwermütig. »Wat ist los?« Die Ackerkäte schenkte hoch im Bogen ein, sodass es mächtig in den Tassen pritschelte. Japoll sabberte. »Einmal, weil du wie eine Amme daher wackelst. Zweimal, weil du so juchendliche Jereische machst.« Wutschka lachte geniert. »Sehr jut, ist sehr jut!« Die Ackerkäte, ihrer Beschäftigung hingegeben, hatte glücklicherweise nicht sonderlich aufgepasst. Jetzt setzte sie sich, wohlig schnaufend. »Und nu jies mal, Emil, und dann zeigste, wat du hast!« Wutschka trank und schwieg. Japoll sekundierte ihm im Voraus, »nisch zu zeigen, Spinat-Ene ist hier, um sich mit dir gesund zu machen.« »Was hier feine Ideen, wat der hat?« Die Ackerkäte knurrte mit der Stirn und tunkte sich eine Schrippe ein. »Sach ich hoch!« Japoll kratzte sich den vorunkelbesäten Nacken. »Aber krank möchte er sich mit dir hoch nicht machen.« »Wat?« Die Ackerkäte, die derartige Späße nun schon gar nicht schätzte, bist drohend ihre tropfende Schrippe zu Ende. »Wat älst du da, du fauler Stuppen?« »Keine Ufrechnung nicht«, beschwichtigte Wutschka ängstlich und zog mit einem matten Blick auf den schadenfroh grinsenden Japoll ein langes Frauenhaar aus seinem Kaffee. »Die Ackerkäte und ich, wir haben alle zwei beide dieselben Kinderkrankheiten hinter uns. Nicht mehr zu machen.« »Stimmt, Ufshaar!« Japoll lenkte hierauf, wichtig das Kinn hebend in nützlichere Bahnen. »Käte, hast du nicht vorerst dann von ner dollen Sache getönt?« »Hab ich?« In pfeifenden Schlucken schlürfte die Ackerkäte ihre Tasse leer. Hat sich aber ausgetönt. Ein leerer Sack steht nicht. »Einmal sitzte Käte und zweimal bist du weiß jott nicht leer.« Japoll hustete ironisch. »Hast du noch Kaffee?« fragte Wutschka, um ihr zu schmeicheln, aber im verfehltesten Moment. »Warn mir ne letzten Bohnen.« Mit ihrem noch funktionierenden Auge schielte die Ackerkäte trübselig nach dem stabilen Glasauge. »Eck bin pleite. Und ihr? Lobt ihr denn ne Globe, der's Spinat ihm in nüchst hat? Zwei Jahre hat man ihn nicht gesehen. Und ist er nicht unter uns ein Schottenpfeiler, wie's kein Zweiten nicht gibt? Halt die Fresse! Bei mir nicht!« Sie machte, die gesteifte rechte Hand vor ihre linke Busenwarze haltend, allem Anschein nach ernst. »Damenimitator ist er jetzt!«, versuchte Japoll, die Situation zu jovialisieren. Die Ackerkäte riss die Geduld. »Entweder Spinat ihm jebt mich, wat?«, trompetete sie. »Oder entweder ik such mir andere Leite.« »Oder entweder«, wiederholte Wutschka heiter, sank aber angesichts der aufflammenden Wangen der Ackerkäte ernüchtert ins Kanapé zurück. Dann stotterte er. »Wisst du denn nicht mehr, dat sie mir hier schon beleichtet han? In Posen hab ik mir mal bloß beide Friede ausgeruht. Geh du mal nach hin und zieh in Finken beide leeren Läden. Vollkommen ausgeschlossen. Und dann hat Posen den Fehler, dat ik dort geboren bin. Übrigens möcht ik ja nich. Ik muss erst wissen, ob ik Lampen habe. Sonst is nischt zu wollen mit mir. Nu wästet.« Ackerkätes Züge wurden mit einst höchst gewissenhaft. Vier Lampenfieber warste immer schon bekannt. Aber wenn du wirklich Lampen hast, dann isset schon besser. »Wat is besser?«, eiferte Japoll wütend. »Nischt is besser. Kennst du denn Spinat, Emil, nicht? Der Nebbich hat doch Lampenfieber, wenn in die ganze Straße kem Pflasterstein den anderen kennt. In Scheiß hier ist er nischt weiter.« Die Ackerkäte hob verzichtend eine Schulter und zog die Lippen krumm. »Nu schön, dann eben nicht.« Sie erhob sich schwerfällig, räumte den Tisch ab und trug das Geschirr hinaus. Japoll saß sekundenlang zornig abgewandt da. Schließlich begann er brummend, »Mit die Käte kennte man wat jans wat Wildes ziehen. Wenn denn nicht immer wieder mit denne saubläden Lampen?« Die Ackerkäte stieß die Tür auf. »Nu hört mal schon endlich uff mit die ganze Beleichtung. Sonst sitzen wir wirklich noch innes schönen Tags im Finstern.« Sie knöpfte sich die Bluse auf. »Wat is los, Käte?« Japolls kleine, rot unterlaufene Äuglein zitterten, gewissen Befürchtungen anheimgefallen. »Ihrste weg?« »Natürlich.« »Achte is.« »Mir schenkt auch keiner wat, wenn ich de Promenade verseime.« Die Ackerkäte stand mit einem Mal nackt im Zimmer. Ihr Bauch, den die schlaffen Brüste berührten, war aufgedunsen und dunkelbraun. Ihre roten Seidenstrümpfe mit dem knallgelben Strumpfbändern, hinter denen das Schenkelfleisch hervorquoll, leuchteten obszön. »Umachte!« Japoll schlug mit der Hand auf das Wachstuch überzogene Kanapé, dass es knallte. »Det wirst sie mir erzählen. Nicht mal ein Generaldirektor ist da auf de Straße. Du jähst zu Arthur, sach ik dir. Dat merk ik, dat dit mir sachst.« Die Ackerkäte unterzog sich langwierigen Waschungen. Japoll hielt es für hoch an der Zeit, ins Reine zu kommen. Er sprang entschlossen auf. »Der willst die Sache mit deinem Arthur ziehen. Aber jetzt nicht. Mit uns wird dir zorn. Du und ik. Wir haben dit Ding ausgeknufelt und wir weh mit Ohren steil bringen. Und wat Spinat-Emil is, so wit da. Sag, Emil, dat de wirst.« Er hob beschwörend beide Hände. Wutschka, der sich gegenüber dieser Tatenlust sehr waschlappig vorkam, rieb seine bläulichen Bartstoppeln, setzte aber trotzdem ein außerordentlich breites Gesicht auf. »Jut is, ik werde. Lampen hin, Lampen her. Und ik muss ja schließlich auch, bei mir ne ganze Finanzlahe.« »Eisern«, murrte Japoll. »Eisern«, sang Wutschka. »Blech«, machte die Ackerkäte stoisch. »Ihr seid's mir keine Freine nicht. Ihr feilt mir nicht mehr.« Während sie mit einem Arm in ein hellgrünes Spitzenhemd fuhr, streckte sich ihr Körper. Eine einzige herrliche Hässlichkeit. Wutschka stand spontan auf, ging hin zu ihr und drückte ihr einen langen, festen Kuss auf die Hüfte. Die Ackerkäte hielt verwundert inne, lächelte dann schmierig und quirlte Wutschkas Kopf, die Finger in seinen Ohren. Japoll riss die Augen auf und schlich aus dem Zimmer. Nachdem er etwa eine Viertelstunde an der Tür gehorcht hatte, kam er zurück, da er sicher war, nicht mehr zu stören. Die Ackerkäte zog sich eilig an. »Macht's euch fertig?« Japoll suchte vergnügt nach seiner Mütze und vermied es geflissentlich, Wutschkas linkes Handgelenk zu sehen, allwo sich plötzlich ein schmales Armband aus Glaskorallen befand. Als die drei kurz darauf die steile Treppe hinabstiegen, begegneten sie zwei Männern und, als sie den Hausflor passierten, einer alten Frau. »Käte, ich glaube, wir haben Lampen im Haus,« raunte Wutschka auf der Straße ängstlich. Die Ackerkäte packte ihn im Genick und zischte. »Noch ein Wort, und ich verhau dir ganz ibel mein kleines Tintchen. Das hat sich jetzt ausgefiebert mit den Lampen.«